Hallo meine lieben Freunde, recht herzlich willkommen zu meinem Retro-TV-Serien-Overview. Hier geht es ausnahmsweise mal nicht um Zeichentricks-Serien, sondern im Prinzip um alles, was man sonst so als kleiner Bub oder in seiner Jugend im TV gesehen hat an Serien. Heute fangen wir an mit dem Overview Teil 1 und ich habe mir mal den guten alten Knight Rider hier gleich als erstes rausgesucht, damit man mit was schönen Kultiken anfangen. Knight Rider. Ein Auto, ein Computer, ein Mann. Ein Mann und sein Auto kämpfen gegen das Unrecht. Bevor wir allerdings loslegen, muss ich noch in eigener Sache sagen, dass ich zu den Retro-TV-Serien höchstwahrscheinlich nicht solche Geschichten erzählen kann, wie zu den ganzen Zeichentricks-Serien da hinten. Den genauen Grund kann ich noch nicht mal sagen. Vielleicht, weil man es halt früher, ich sag mal, zwar im TV mehr oder weniger regelmäßig gesehen hat, aber ich behaupte jetzt einfach mal, dass man so als kleiner Bub nicht so ganz aufnahmefähig unbedingt war für Serien jetzt wie Knight Rider und ähnliches, was da so lief. Man hat halt geguckt, man fand es halt toll. Im Fall von Knight Rider natürlich KIT, das sprechende Superauto mit all den Superfunktionen. Aber bei mir persönlich ist es halt so, dass ich nicht so persönliche Dinge damit verbinde, weil ich habe nichts zu den einzelnen TV-Serien gesammelt. Wir haben im Großen und Ganzen auch nichts früher nachgespielt von den ganzen TV-Serien. Man hat es halt gesehen, man fand es halt toll. Aber nehmen wir jetzt gerade zum Beispiel bei Knight Rider als das beste Beispiel. Knight Rider war für uns früher immer KIT. KIT, das sprechende Superauto mit all seinen Spezialfunktionen, das ich auch noch verwandeln konnte. Ich persönlich, ich habe ja immer und ewig das Mask-Fahrzeug Raven früher immer als KIT benutzt, auch wenn es ein ganz anderes Fahrzeugmodell ist, aber das war halt bei uns so. Und früher gab es so gefühlt auch nicht wirklich was von Knight Rider. Da gibt es heutzutage meiner Meinung nach viel mehr von Knight Rider zu kaufen, als es früher gab. Matchbox-Autos, Playmobil haben wir ja alles heutzutage. Knight Rider, absolut kultig, dürfte auch jeder von euch kennen. Deswegen habe ich es, wie gesagt, auch direkt hier als erstes reingenommen, um die Leute bei der Stange zu halten. Denn mittlerweile ist ja hier auch von Turbine vor einiger Zeit hier diese riesen Super-Komplettbox da erschienen mit allem möglichen drin. Davor gab es ja hier diese DVD-Box, die habe ich halt auch immer noch in der Sandung, weil ich finde das eigentlich hier, diesen KIT hier vorne, finde ich eigentlich immer noch ziemlich cool. Hat auch so eine leichte, sieht man das eigentlich, so eine leichte Stanzung im Karton. Und, naja, man muss auch natürlich auch mal realistisch sein. Seitdem dieses Teil GIT gab, ist das halt auch nichts mehr wert, sozusagen, dass man es irgendwie großartig verkaufen könnte. Also solange ich den Platz habe, behalte ich halt auch die Box. Hier ist halt alles auf Blu-ray drin, wie man es sich halt gerne wünscht. Die Box dürfte mittlerweile auch Out-of-Print sein, wenn ich mich nicht irre, aber da gab es, glaube ich, eine Neuauflage. Informationen zu den einzelnen Serien kann ich euch ehrlicherweise im Vergleich zu den Zeichentrickserien auch gar nicht aus dem Stehgreif geben. Wenn ich dazu was habe und gewillt bin, werde ich das natürlich alles einblenden mit deutscher Erstausstrahlung, Episodenanzahl etc. pp. Knight Rider dürfte aber damals auf RTL Plus gelaufen sein, wenn ich mich richtig erinnere. Und, ja, was will man dazu sagen? Michael Knight und sein Auto kämpfen gegen das Böse. Für mich persönlich waren da immer die Highlights die Kämpfe gegen Carr, also den bösen Doppelgänger von KIT, das andere Modell. Ich nehme deine Herausforderung an. Das war knapp. Und gegen Goliath vor allen Dingen mit Michael Knights Doppelgänger. Ich komme jetzt gerade spontan nicht auf Namen, ohne nachzugucken. Das waren für mich so die Highlights, weil da auch immer KIT so an seine Grenzen gekommen ist. Er war ja in den meisten Episoden das Überauto. Trotz allem hat man nicht selten den Fall gehabt, dass es immer wieder Situationen gab, wo KIT dann eingeschränkt wurde und kurzzeitig nicht zum Einsatz kommen konnte mit seinen Fähigkeiten. Im Großen und Ganzen liefen die Episoden aber dann immer auch gleich ab, dass irgendjemandem geholfen werden musste. Nicht selten ist man da durch Zufall drauf gestoßen, weil Michael Knight ja durch ganz Amerika gecruised ist. Reißt auch in jeder Folge eine nette, gut aussehende Dame dann auf. Meistens werden denen dann geholfen und ja, im Großen und Ganzen immer der gleiche Ablauf. Allgemein bei diesen ganzen TV-Serien früher mit in sich abschließenden Episoden haben wir da so den gleichen Ablauf. Nichtsdestotrotz war es früher sehr unterhaltsam. Heutzutage muss ich gestehen, ähnlich wie bei den Zeichentrick-Episoden kann ich mir nicht mehr allzu viele am Stück anschauen von diesen ganzen TV-Serien. Ich vermute mal wirklich, dass es bei mir dran liegt, dass ich mit diesen abschließenden Episoden nicht mehr so viel anfangen kann, weil es nicht unbedingt motiviert weiterzuschauen. Das wäre für mich jetzt eine persönliche Erklärung. Das müsst ihr alle für euch selbst entscheiden, warum und weshalb das ein oder andere vielleicht heute ein bisschen angestaubt wird. Was ich persönlich immer lustig fand, in der, im moderneren Zeitalter, sage ich mal, der DVD und der Blu-Ray-Disc. Man kann immer schön Pause drücken und sieht dann immer bei diesen alten TV-Serien diese meistens sogar völlig anders aussehenden Stunt-Leute. Die erkennt man dann immer richtig gut, wenn man auf Pause drückt oder zum Beispiel im Fall von KIT gibt es ja sehr viele Kameraeinstellungen, wo man dann richtig sieht, dass hinter dem Fahrersitz so einer versteckt ist mit so einem Ding und dann hinten praktisch lenkt hinter dem Fahrersitz. Was dem einen vielleicht negativ auffällt, finde ich immer recht charmant und eigentlich mal gut zum Schmunzeln, dass man dann sowas immer erkennt. Nichtsdestotrotz, man muss, im Prinzip muss man da noch nicht mal großartig diskutieren. Jeder kennt Nightrider, nee, der hat irgendwie die Titelmusik schon mal gehört etc. pp. Und deswegen fand ich das jetzt ganz gut mal als erstes mit reinzunehmen. Aber wir wollen natürlich auch noch andere Serien sehen. Und wir machen direkt mal weiter mit einer weiteren Kult-Serie und jetzt werden vielleicht von euch schon die Ersten machen. Oh, ja, es geht um die Dinos, um Disneys die Dinos. Ist das eigentlich schon Disney? Kommt auf jeden Fall auf dem Disney Channel mittlerweile. Keine Ahnung, auf jeden Fall haben sie mittlerweile die Rechte dran. So sieht die Box von damals aus übrigens. Das war noch von Cape Light Pictures damals sogar, mit Digipack und so weiter. Das berühmte, das Baby, nicht die Mama. Warum nehme ich das jetzt mit hier rein? Ich habe es ja gesagt, alles außer Zeichentrick-Serien kommen in diese Overviews rein. Ich habe natürlich nicht nur die kultigen Retro-TV-Serien, ich habe natürlich auch die TV-Serien für die etwas jüngeren. Wobei man hier ganz klar sagen muss, die Dinos, die waren damals ihrer Zeit voraus. Und ich behaupte mal, den Humor der Serie, die Dinos, den versteht man wahrscheinlich erst ab einem gewissen Alter so richtig. Wir haben es damals geguckt, weil es Dinosaurier waren. Und Dinosaurier waren eine richtig lange Zeit richtig angesagt bei den jüngeren Leuten. Heutzutage ist es einfach eine Serie mit viel gesellschaftlicher Kritik, so versteckt mit Humor. Das spielt ja alles mit Dinosaurier. Das sind alles so animierte Kostüme. Da sind wirklich Leute drin in diesem Kostüm. Das sind jetzt keine Puppen und keine Animationen, was wir da sehen in den Serien, in diesem Dinosaurier-Kostüm. Außer beim Baby, glaube ich. Aber bei den anderen sind halt richtige Menschen drin gewesen, richtig bewegbare Kostüme, die aber noch automatische Bewegungen hatten. Also da gab es auch im Internet noch nette Informationen dazu. Ich hatte auch mal überlegt, für die Dinos ein separates Video zu machen. Aber wenn ich mal ehrlich bin, ich kann im Prinzip nicht genug über die Dinos erzählen, auch wenn ich die Serie richtig klasse finde. Dazu müsste ich sie mir aber alles nochmal komplett am Stück angucken. Ich habe die Serie natürlich zum größten Teil gesehen, als ich die DVD-Box hier gekauft hatte damals. Aber so am Ende, ich glaube, die letzte Staffel habe ich dann gar nicht mehr gesehen, wobei es eigentlich schade ist. Die letzte Episode habe ich mir dann nochmal angeguckt. Da wird dann auch nochmal so vermittelt, wie es zum Aussterben der Dinosaurier, wie es dazu hätte kommen können, laut der Serie sozusagen, ein Alternativweg. Und allein das Baby hier in der Serie, das heißt einfach nur Baby Sinclair, also Sinclair ist der Familienname der Saurier-Familie, das heißt einfach nur Baby und nicht die Mama und dauernd mit dem Pfanne auf dem Kopf schlagen vom Vater. Nicht die Mama, nicht die Mama. Wenn du das noch einmal sagst, dann werde ich dich quer durch die ganze Küche schmeißen. Nicht die Mama, nicht die Mama. Allein das ist schon cool. Allein diese Sprüche von diesem Charakter, das Baby, das könnt ihr überall in Memes sehen, auf Facebook und Co., in Videoausschnitten, auf YouTube. Ja, aber da ist noch was. Ich habe Hunger. Mach mich satt, stopf mir den Bauch voll. Beliebtester Charakter auf jeden Fall. Wir haben hier eigentlich eine Sitcom, würde ich sagen, eine gesellschaftliche Gesellschaftssatire, keine Ahnung, was es da alles für Begriffe gibt, eine Sitcom, die gesellschaftliche Kritik übt mit Satire sozusagen. Also unsere Welt wird da halt dargestellt in der Saurier-Zeitalter. Und allein schon, wenn die dann den Kühlschrank aufmachen und dann diese kleinen Männchen dann rausholen, die dann unter die Lebensmittel leben noch alle und sprechen mit denen und was weiß ich sowas, das sind alles so kleine versteckte Gags. Und muss man einfach gesehen haben, finde ich. Ich kann es noch nicht mal richtig erklären. Ich finde es selber schade. Ich bin ja eigentlich nicht so gut im Erzählen, auch wenn das vielleicht manchmal so rüberkommt, wenn ich von den Zeichentrickserien erzähle. Aber im Beschreiben von Film und Serien finde ich persönlich, habe ich es nicht so drauf. Wir haben die klassische Mutter in der Familie, die sich einfach nur um die Familie kümmert, aber insgeheim so das Oberhaupt der Familie ist, weil der Vater, der arbeitet halt und holt das Geld, ist ansonsten aber so ein bisschen trottelig und wird von den Kindern halt auch nicht so als Familienoberhaupt angesehen. Wir haben den Sohn, der so gar nicht den Weg geht, den der Vater gerne hätte und sich eher so für Alternativen interessiert. Das würde eventuell auch noch in die heutige Zeit so reinpassen. Wir haben die Tochter, die klischeehaft sich für männliche Saurier dann nur interessiert und für Schminken etc. pp. und so die üblichen Teenie-Probleme dann bei den zwei älteren Kindern plus noch zusätzliche Charaktere wie der Boss von Earl Sinclair und die Nachbarin und was weiß ich, wen es da alles noch gibt. Auf jeden Fall eine sehr tolle und lustige Serie, aber wie gesagt, im entsprechenden Alter hört man dann auch die gesellschaftliche Kritik raus und das soll angeblich, soll das dann auch irgendwann der Grund gewesen sein, warum die Serie dann abgesetzt wurde. Allerdings so abgesetzt, dass sie halt noch ein Ende machen konnten, weil es wohl angeblich dann ja etwas zu arg wurde mit der gesellschaftlichen Kritik. Ich hoffe, man sagt das überhaupt richtig, gesellschaftliche Kritik. Ich hoffe, man sagt, man nennt das so. Ja, da wurden dann die Macher dann irgendwann doch mal der Riegel davor geschoben, soweit ich das richtig mitbekommen habe. Und die Dinos, wie gesagt, auf Disney Plus kann man die streamen. Wer sich jetzt nicht unbedingt die Box hier kaufen will, aber die Box kann ich eigentlich empfehlen. Passt eigentlich soweit alles. Schöne Sticky Pack im Inneren, wie es sein sollte. Auf neun DVDs. Die Serie im Original von 91 bis 94. Ich wüsste jetzt spontan gar nicht mehr, wo das bei uns lief und wann das bei uns lief. Das werde ich garantiert aber einblenden. Und ansonsten würde ich sagen, Haken dran und wir schauen uns was anderes an. Ja, was mich noch als kleiner Bub wirklich begleitet hat, war in der Tat die ganz, ganz alte Batman-TV-Serie. Sie heißt Batman, aber im Prinzip war es Batman und Robin, soweit ich mich noch gut erinnern kann. Und auch hier müsste ich jetzt noch mal nachträglich einblenden, wann das Ganze gelaufen ist, wo das Ganze gelaufen ist. Habe ich 0,0 Erinnerung. Fakt ist, irgendwann gab es hier diese Blu-ray-Box zu kaufen und die habe ich mir natürlich gleich gegönnt. Die sieht so aus, relativ schick, mit so einem Batmobil hier unten als, ich dachte jetzt einfach mal übertrieben, Matchbox-Auto drin. Und wenn man die umdreht, könnt ihr auch mal sehen, im Inneren sind so diverse Digi-Packs. Und eigentlich konnte man auch irgendwo auf den Knopf drücken und dann hat das Ganze einen Ton gemacht. Da geht allerdings die Batterie dann irgendwann leer und dann hört sich das nicht mehr so originell an. Achso, ja doch, so kann man es aufmachen hier. So, nochmal. Und, ja, das war auf jeden Fall eine richtig tolle Veröffentlichung damals. Es gab dann auch eine, man, eine Zweitauflage in einem ganz normalen Keepcase, im Schuh und mit einem Schuber. und super Qualität. Es gibt auch einen separaten Film, nehmen wir mal einen Kinofilm zu der TV-Serie. Batman hält die Welt in Atem, glaube ich, heißt er. Den habe ich auch irgendwo draußen. Gib mir schnell den Anti-Heifisch-Batspray! Auch hierzu kann ich nicht viel erzählen. Es ist halt Batman mit seinen üblichen Gegenspielern Catwoman, Riddler und Joker und Pinguin. An die vier erinnere ich mich auf jeden Fall in der Serie. An wen ich mich jetzt nicht erinnern kann, spontan wäre Two-Face. Aber, wie gesagt, wir haben hier laut Verpackung 120 Episoden. Die habe ich mir zugegebenerweise nicht alle nochmal am Stück angeschaut. Fakt ist, der Joker ist und wird wahrscheinlich immer am meisten in meiner Erinnerung bleiben aus dieser TV-Serie. Auch diese typische Szene, die man in diesen Serien, eigentlich in jeder Episode fast sieht, wo Batman und Robin immer so eine Hauswand so hochlaufen, so völlig steif. Und meistens kommt dann irgendeiner aus so einem Fenster raus und grüßt die. Das wurde natürlich auch noch gekippt. Also diese Szenen, die wurden auch ganz normal gedreht natürlich, aber dann halt gekippt für die Szene in der Serie. Und was auch noch ziemlich kultig ist, ist dann immer Robin mit seinen komischen Sprüchen. Auch dazu gibt es Zusammenstellungen bis ins Unendliche auf YouTube, wo sich wirklich manche die Mühe gemacht haben, das immer rauszuschneiden. Er sagt dann immer, was weiß ich, heiliges Kanonenrohr, heilige Überschwemmung, heilige Überraschung und so. Also immer dieses Heilige davor. Und Batman ist dann eher so der, der mit Zeigefinger immer Moral und alles... Robin, du hast dich mal wieder nicht angeschnallt mit dem Batwirt. Wir fahren doch nur einige Blocks weiter. Denk immer an die Sicherheit im Straßenverkehr. Sicher, Batman, du hast wohl recht damit. Ja, aber das ist richtig. Also ich erinnere mich da an den Kinofilm. Also Batman hält die Welt im Atem, dass das reicht eigentlich schon, um das zu gucken. Wo er dann mit dieser Riesenbombe durch die Gegend rennt und die loswerden will, bevor die explodiert. Und er will sie aber nirgendwo hinschmeißen, weil irgendwo immer Menschen sind oder irgendwas ist und irgendwann wirft er sie ins Meer. Dies hier ist eine verrufene Gegend. Es windet hier von Säufern. Die sind's gewohnt, seltsame Gestalten zu sehen, die sie ihrem Delirium zuschreiben. Und Robin beschwert sich so irgendwie, warum er es nicht da und da hingeworfen hat. Und dann sagt er irgendwie nur Batman irgendwie zu diesen Suffbolden, ja, das mögen vielleicht Trinker sein, aber es sind auch nur Menschen. Es mögen vielleicht Trinker sein, Robin, aber es sind auch menschliche Wesen. Und sie werden vielleicht auch noch gerettet. Also der hat dann immer so komische Sprüche drauf. Und was noch ein großer Teil der TV-Serie ausgemacht hat, das sind dann oft so Rätsel, also nicht nur beim Riddler, beim Riddler nochmal besonders, glaube ich. Aber im Allgemeinen, bevor die immer so draufgekommen sind, mit welchem Bösewicht, dass sie sich in der Episode rumschlagen müssen, sind sie irgendwie immer auch durch so eine Art Rätsel immer draufgekommen. Aber diese Rätsel, die waren so zusammenhanglos und ansatzlos. Und dann, ja, wir haben hier einen Schuh und wir haben hier einen Autoreifen und da haben wir noch einen Kugelschreiber. Das kann nur Catwoman sein, so nach dem Motto. Und ihr merkt schon, also auch wenn ich das jetzt lang nicht mehr gesehen habe, es gibt immer noch Sachen, die einem in Erinnerung bleiben und es gibt immer noch Sachen, die einem wahrscheinlich dann immer wieder zum Schmunzeln bringen werden. Und ich finde das immer klasse und ich meine, die Serie dürfte aus den 60er Jahren sogar sein. 66 bis 68, wenn das hier stimmt, mit dem Copyright. Und ja, also dass die Serie dann damals auf Deutsch veröffentlicht wurde, das war eins der besten Dinge, das hat mich sehr gefreut. Ich weiß gar nicht, ob es davor, aber ich glaube nicht, dass es davor die Serie schon mal auf DVD gab. Ich glaube aber, wie gesagt, nicht, dass das der Fall war. Sonst hätte ich die garantiert schon gehabt. Würde ich jetzt einfach mal so in den Raum werfen. Und ja, das war halt mein erster Batman, mit dem ich eigentlich wirklich zu tun hatte in meinem Leben. Also Kinofilm war ja natürlich bei mir erst der zweite Teil von Batman. Aber im TV habe ich hier immer, ja, Batman geschaut. Ich wollte gerade sagen, Batman hält die Welt im Atem, aber bleiben wir einfach bei Batman und Robin. Und ja, ist glaube ich eigentlich immer wieder ein tolles Erlebnis, sich diese Serie anzuschauen. Ja, und dann machen wir, glaube ich, direkt weiter bei den Öffentlich-Rechtlichen und bei Serien natürlich, die man als kleiner Bub irgendwie geschaut hat. Und auch wenn ich nicht allzu viel dazu sagen kann, muss ich natürlich dann hier auch die gute Pippi Langstrumpf mit reinnehmen. Mittlerweile bei mir in einer etwas neueren Auflage, als ich sie mal ursprünglich hatte. Aber aktuell gibt es die ja auch schon seit einiger Zeit auf Blu-Ray-Disc. Und ich habe hier aber noch die DVDs stehen. Ich glaube, der Grund war, dass man oft gelesen hat, die Blu-Ray-Discs wären jetzt qualitativ jetzt nicht unbedingt HD-würdig. Kann ich allerdings jetzt nichts weiter dazu sagen. Das war allerdings der Grund für mich, nicht unbedingt jetzt auch nochmal auf Blu-Ray upgraden zu müssen. Pippi Langstrumpf war ein Phänomen unserer Zeit. Mittlerweile, nach vielen, vielen Jahren, gab es da, glaube ich, auch, ich nenne es jetzt mal Animationsfilme. Gab es nicht sogar einen Realfilm irgendwie vor kurzem mal? Boah, müsste ich nochmal googeln. Ich bilde mir ein, da gab es auch nochmal einen Realfilm. Aber ich kann da jetzt auch was verwechseln, wegen Wiki und Co. Pippi Langstrumpf mit einem Titelsong, der, ja, Kultstatus, wahrscheinlich ein Paradebeispiel sein könnte für einen Titelsong mit Kultstatus. Die ersten paar Töne allein reichen schon, dass man meistens weiß, was da jetzt kommt. An Pippi Langstrumpf habe ich persönlich nicht mehr allzu große Erinnerungen. Man weiß natürlich auch hier, Pippi und ihre zwei Freunde, Annika und, äh, Annika, keine Ahnung, Tommi, Tommi und Annika, Gott sei Dank, hilft mir die Verpackung. Ähm, haben in jeder Episode irgendein Abenteuer erlebt. Pippi wohnt in der Villa Kunterbunt ganz alleine, weil ihr Piratenvater auf hoher See ist. Sie hat eine Kiste voll Gold, sie reitet auf einem weißen Pferd, sie hat einen, ein kleines Äffchen, äh, Herr Nilsson immer dabei und das geht von Episode zu Episode so. Zwischendrin sind dann noch andere Charaktere. Ähm, ich glaube, wir haben, ähm, boah, so ein, zwei Polizisten, die da immer in Kragen wollen. Wir haben so eine, nennen wir es mal, boah, Schullehrerin, Schulleiterin, die Pippi immer was Böses möchte. Wir haben eins, zwei Räuber, die immer an das Gold wollen von Pippi. Und irgendwann, für mich persönlich damals am coolsten, auch wenn ich jetzt nicht mehr viel davon weiß, war dann, ähm, aber mittlerweile, glaube ich, es waren hier eher die, die, die Spielfilme. Ich bin mir aber jetzt nicht mehr ganz sicher, ähm, wo es dann, wo Pippis Vater dann, äh, zurückkam und sie mit ihm auf Pippi auf hoher See ging, dann mit den Piraten unterwegs war. Das waren für mich so damals die cooleren Episoden. Ähm, ich weiß jetzt allerdings auch nicht mehr ganz genau, wie das damals war mit den Spielfilmen. Ähm, ob das wirklich separate Filme jetzt waren und oder ob da einfach aus mehreren, ähm, TV-Episoden da jetzt zusammengeschnippelt wurden auf Spielfilmlänge. Das weiß ich jetzt aus dem Stehgreif nicht mehr. Das könnte man eventuell auch nochmal einblenden, wenn ich dran denke, wie das Ganze jetzt vonstatten gegangen ist. Gerade diese Piratengeschichten, ähm, weiß ich jetzt in diesem Moment aktuell hier gerade nicht, ob das nur separate Filme waren oder ob das auch in der, ähm, Serie drin vorkam. Vor mir liegend seht ihr die Edition von Studio 100. Das müsste genau ein, ähm, Digipack hier gewesen sein, ne? Und die Spielfilmbox hatte ich mir dann aus Komplettierungsgründen natürlich auch dazu geholt. Und ich würde so ganz spontan sagen, dass Pippi Langstrumpf zusammen mit dem Pumuckl damals, ähm, ähm, ja, so die zwei Sendungen waren, die ein bisschen, ja, für die kleineren gemacht waren, die man dann halt auch so geschaut hat, ähm, aber viel mehr kann ich da jetzt ehrlicherweise auch gar nicht sagen. Ähm, ist halt schon wirklich eine lange, lange Zeit her. Gut, theoretisch stimmt das ja nicht ganz, was ich sage. Ähm, wir haben hier zwar ein Copyright von 69, ähm, aber letztendlich habe ich diese Serien auch gesehen, in dem gleichen Alter, wie ich angefangen habe, die ganzen Zeichentrickserien zu schauen, ne? Früher, wie gesagt, die Sachen auf den Öffentlich-Rechtlichen, die, die konnte man natürlich dann schon früher sehen und hat sie auch früher gesehen als andere, ähm, Serien, die dann erst mit dem Kabelfernsehen kamen, ähm, ähm, nichtsdestotrotz ist das, wie gesagt, auch das wahrscheinlich der Grund, warum ich einfach nicht mehr allzu viel dazu sagen kann, weil wenn man mal ehrlich ist, wie viele hundert Serien hat man denn in seinem Leben gesehen? Und jetzt tun wir das nochmal runterrechnen auf die Dutzenden und Dutzenden Serien, die man irgendwie mal als kleiner Bub aufgeschnappt hat oder nennen wir es mal als Minderjähriger aufgeschnappt hat. Das ist natürlich schon eine lange, 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 lange zurück und dann nochmal länger zurück und dann nochmal die ganzen Serien auseinanderhalten oder was da passiert ist. Ich glaube, wenn man eine Lieblingsserie hatte und oder in irgendeiner Serie gewisse Sachen richtig toll waren, dann wird man sich da auch immer dran erinnern, bei Pippi Langstrumpf ist es jetzt halt nicht unbedingt so. Und was ich natürlich noch vergessen habe, Pippi Langstrumpf hat natürlich super Kräfte, sie ist super stark, ähm, das hatte ich vorhin noch vergessen zu erwähnen, deswegen springen wir mal jetzt, glaube ich, ein bisschen wieder was für, ja, so ein gehobeneres Alter, oder was meint ihr? Ja, so, jetzt trickere ich euch mal ein bisschen und zwar mit Dawson's Creek. Ich halte es nochmal hier unten rein, dazu habe ich ja schon mal ein Unboxing-Video gemacht zu der neuen Dawson's Creek Box von Cape Light Pictures. Ähm, Dawson's Creek war tatsächlich erst Ende der 90er Jahre angesagt, äh, 98, 99 kam es, glaube ich, auf Sat.1, eher 99, bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, und, aber alles, was bis in die, bis, äh, 2000 geht, nehme ich in diese Retro-TV-Serien-Overviews mit rein. Dawson's Creek war damals, Ende der 90er, für mich, äh, nach lange, langer Zeit mal wieder eine Serie, die ich dauerhaft verfolgt habe und für die ich auch ein bisschen so, ja, mich so reinfuchsen konnte in die Serie, die diverse Punkte innerhalb der Charaktere und oder der Geschichte hatte, die mich angesprochen haben, die mich, ähm, ähm, am Ball, äh, bleiben gelassen hatten, etc., pp., typische, oder vielleicht gar nicht mal so typische, äh, Teenie-Serie halt, mit den, äh, mit den üblichen Teenager-Problemen des Erwachsenwerdens und den zwischenmenschlichen Beziehungen, die man dann halt so hat, äh, einziges Alleinstellungsmerkmal, würde ich behaupten, zur damaligen Zeit, zu dieser Serie, Dawson's Creek, war halt, dass die ganzen, äh, Teenie-Charaktere, ja, die haben dir Sachen da vorgesprochen, Aufsätze runtergerattert in ihren Dialogen, die, ja, wo man dann wahrscheinlich gemerkt hat, die hat dann vielleicht doch jemand geschrieben, der etwas älter war, also das war so typisch umpassend, a, die Ausdrucksweise und die, die Weitsichtigkeit der einzelnen Charaktere und diese Monologe, Monologe nennt man es ja, diese langen, ähm, Auseinandersetzungen innerhalb der Diskussion. Damals konnte ich darüber etwas mehr hinwegsehen als heutzutage, heutzutage als, äh, Erwachsener finde ich das jetzt auch nicht mehr ganz so interessant, eher im Gegenteil, teilweise recht langatmig und man fragt sich dann manchmal, sagt man sich, Mann, du bist 15 und rattert dir hier irgendwas runter von Lebensphilosophie und Lebenserfahrung und was die Welt doch noch alles bringt und was weiß ich was. Ein bisschen unglaubwürdig aus heutiger Sicht damals, ja, man hat es akzeptiert, man hat es teilweise auch als positiv empfunden, ähm, wahrscheinlich ist es aber auch so, dass man eventuell als Teenager über alles diskutieren muss, sich über alles in den Kopf macht und über die Gott und die Welt dann auch reden muss und verschiedene Ansichten hat, etc., pp. Es wird schon sehr drauf geschaut innerhalb der Serie, dass es auch zu Konflikten kommt, ähm, nicht umso, nichtdestotrotz hat die Serie ja auch, äh, sechs Staffeln, ne, ich darf jetzt nichts Faltes sagen, Die ersten paar Staffeln habe ich persönlich geliebt, ähm, als es dann innerhalb der Serie sich zum großen Teil, ähm, rausgelagert hat aus, äh, Cape Side, also aus diesem Fischerdorf, wo in den ersten Staffeln sich alles abgespielt hat und dann diverse Charaktere auch mehrere Szenen in der Großstadt hatten, inklusive neuer Charaktere, da wurde das für mich, ähm, ja, eher so ein bisschen uninteressant, die Episoden mag ich auch heutzutage nicht mehr so ganz, äh, Allerdings haben wir innerhalb dieser kompletten Serie doch eine recht interessante Charakterentwicklung, alle Charaktere entwickeln sich, alle Charaktere sind so gegen Ende der Serie dann auch eigentlich gar nicht mehr so, wie sie am Anfang waren, was ja eigentlich auch auf der Hand liegt, aber nicht immer der Fall ist, und viele haben eigentlich auch Charakterentwicklungen, die man eventuell zum Anfang der Serie gar nicht so erwartet hätte. Ähm, letztendlich kann ich Dawson's Creek immer noch empfehlen, wenn man die Serie jetzt gar nicht gesehen hat, wenn man allerdings schon mit den Augen rollt, sobald ein paar Dialoge ein bisschen länger sind, oder, ich weiß nicht, ich hab halt so auf der Zunge so eine bestimmte Ausdrucksweise für diese Serie, es ist halt viel, es wird viel angedeutet, es wird viel um den heißen Brei geredet, anstatt mal auf den Punkt zu kommen, oder mal, ähm, nackte Tatsachen spielen zu lassen, also nicht mit nackte Tatsachen meine ich jetzt nicht mit ausziehen oder so, sondern, jetzt mach doch einfach mal so, weißt du, aber es wird immer drumrum gedruckst und hier gedruckst und da gedruckst, ja, als Teenager konnte man sich das in vielen Situationen, ähm, konnte man sich das nachvollziehen und war vielleicht selber mal in der Lage und hat, vielleicht fand ich deswegen damals die Serie auch so toll, ich find's ja auch heute noch toll, aber wie gesagt, vieles, ähm, könnte man sich halt aus erwachsener Sicht ersparen, aber es ist ja wahrscheinlich auch keine Serie, die sich an Erwachsene richtet und ich muss sagen, von diesen ganzen Sachen, die es damals so im TV gab, hat mich Dawson's Creek halt damals auch wirklich am meisten angesprochen, ähm, weil ja eben auch nicht unbedingt alles so, wie hat man das früher genannt, es ist nicht alles so geleckt in dieser Serie, wie es früher in vielen anderen Serien war mit Teenager-Darstellern und ich glaub, das hat's für mich so zu etwas Besonderem gemacht. Und wenn wir bei Dawson's Creek waren, dann springen wir doch jetzt mal passenderweise zu The Flash. Wie man jetzt von Dawson's Creek auf The Flash kommt, das ist eine berechtigte Frage, allerdings Dawson's Vater, John Wesley Shipp, der hat ja früher hier den Flash gespielt. Habe ich ihn jetzt überhaupt richtig ausgesprochen? Ich glaube schon. Äh, die Serie ist aus dem Jahr 1990, John Wesley Shipp, na, da steht's ja, genau. Äh, die Serie ist aus dem Jahr 1990, die habe ich eigentlich auch ziemlich oft im Fernsehen damals gesehen und ich halte die Kamera mit diesem super Flash-Kostüm und bevor jetzt sehr, sehr schlaue Menschen auf die Frage kommen oder auf die Information kommen, das ist doch ein Bootleg. Das ist in der Tat ein Bootleg, das heißt, es ist eine nicht-lizenzierte Veröffentlichung für den deutschsprachigen Raum, aber, ehrlicherweise, ich will jetzt nicht sagen, es war ein Fehlkauf, aber es gab früher in Australien so ein Set, das sah genau so aus, äh, da war eine deutsche Tonspur drauf und ich hab das irgendwann bei E-Mail mal gesehen vor langer, langer Zeit und hab das schnell gekauft. Dann ist mir danach erst mal aufgefallen, dass hier oben auch deutsche Texte draufstehen und dass dann deutsche Veröffentlichung hier deutsche Veröffentlichung ist und, äh, ja, dann habe ich auch gesehen, jo, Bootleg. Aber es war mir egal, Leute, es war mir tatsächlich egal, ähm, weil die Serie, die habe ich davor schon, ähm, digital, ich glaub, bei, boah, ich müsste es sogar bei Amazon Prime digital gekauft haben mal. Äh, das war, glaub ich, nicht bei Apple, das müsste noch bei Amazon Prime digital abrufbar sein für mich. Die hatte ich tatsächlich gekauft, da habe ich es damals schon voll abgefeiert. Äh, nicht selten kann man ja bei diesen Streaming-Anbietern Serien kaufen, kaufen, die es, äh, noch gar nicht als Veröffentlichung gibt, ne? Ich hab ja zum Beispiel im Zeichentrickserienbereich auch, ähm, äh, die zweite Staffel von Willy Fogg und, ähm, ähm, der Pinky und der Brain, genau, da habe ich auch was davon gekauft. Oder die animierte Batman-Serie, Batman Animated Series, die gibt es ja auch komplett auf Deutsch digital, warum auch immer so nicht bei uns zu kaufen gibt. Flash ist eine, äh, interessante Serie, die allerdings, ähm, ja, heutzutage doch auch schon für mich persönlich gut angestaubt ist. Ähm, allein schon, ja, allein schon das Kostüm vom guten Flash ist natürlich schon diskussionswürdig. Damals fand ich das ziemlich cool. Die 22 Episoden gehen laut Verpackungsangabe auch 1035 Minuten. Ich versuche hier auch mal einzublenden, wo es das Ganze damals gab. Ich würde jetzt mal vermuten RTL Plus, aber das weiß ich jetzt nicht so genau. Ähm, genau, und da, das war jahrelang auch verschollen. Das kam auch nie auf den Markt in Deutschland. Nie. Das war auch so eine Serie, wo man gesagt hat, ja, da gab's doch früher, kannst du noch, äh, dich an die Serie erinnern und das, das gab's doch schon mal. Die sollte, ihr kennt vielleicht den einen oder anderen Film, wo man so drüber spricht oder, wie gesagt, im Zeichentrickserienbereich gibt's ja da auch noch ein paar offene Stellen. Ähm, viele kennen die Serien, aber es kommt nicht auf den Markt und so war's damals auch beim Flash. Der rote Blitz, die guten alten DC-Serien, die man sich noch ansehen konnte. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich bin bei diesen ganzen neuen Superhelden-Serien meistens, ähm, raus gewesen. Also, es gibt einige, sowas wie Daredevil von Marvel, das hatte ich mir angeschaut oder den Puncher, hab ich mir angeschaut, aber, ähm, sowas wie Goffin und Flash und, äh, was es da noch alles so gab, ähm, hab ich meistens mal kurzzeitig geguckt, aber dann ziemlich schnell abgebrochen. Ich will jetzt nicht sagen, es gibt nichts Besseres als die guten alten Retro-Serien, dafür sind viel zu viele Serien heutzutage doch recht arg angestaubt, aber ich fand, wie auch immer man es drehen möchte, trotz allem irgendwie noch das, was auf dem TV passiert ist, interessanter, ich will nicht sagen realistischer, bei, bei, bei Superheldenkram brauchen wir nicht von Realistik zu sprechen, aber ich fand's einfach interessanter und ansprechender vom Zeitgeist her einfach, als wenn ich heutzutage irgend sowas schaue und gefühlt ein Kinofilm als Serie abgestückelt wird, dafür ist mir heutzutage viel zu viel Zwischenmenschliches auch drin in diesen Superhelden-Serien und so weiter und endlose Diskussion, wir machen jetzt hier Schluss mit diesen Diskussionen, wir nehmen uns jetzt noch eine andere, äh, Zeichentricks, wir nehmen uns jetzt noch eine andere Serie. Und auch hierzu kann ich nicht allzu viel sagen, außer, dass ich sie früher immer geguckt habe, die rote Zora, so sieht das Ganze aus. Titelsong, äh, dürfte auch von Christian Bruns sein. Bruns? Bruns? Äh, auch schon, gibt's auch schon in allen möglichen abgewandelten Eurodance-Versionen. Ähm, aus dem Jahr, haben wir hier was? Immer wenn ich sag, aus dem Jahr, Copyright 41? Äh, nee, 41 kann aber nicht sein. Wahrscheinlich ist die rote Zora 41, ja, kreiert worden, aber die Serie ist doch niemals aus dem Jahr 41. 13 Episoden gibt's da nur. Gefühlt hat man früher 100 Episoden geguckt. Eigentlich bietet sich das an, ein Marathon. Schau dir mal an einem Tag 13 Folgen auf 3 DVDs einfach mal die rote Zora an. Es ist aber, es ist leider, es ist alles so angestaubt. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Natürlich sind alte Sachen angestaubt, aber es kommt immer auf die Produktionsweise an. Die rote Zora ist halt einfach, vielleicht kann ich's hier unten nochmal reinhalten, oh. Es sieht halt schon alles alt aus. Es ist alles alt. Kulissen alt, das alt, das alt, das alt. Night Rider guckst du dir an und es ist zwar alt, aber man kann sich's noch angucken. Es ist so, ich weiß nicht, das hört sich immer so böse an. Ähm, natürlich kann ich mir auch die rote Zora noch angucken, aber dann sind wir wieder bei dem Phänomen. Mehr als zwei Episoden gehen dann nicht, ne? Ich könnte nicht 13 Episoden die rote Zora, ähm, mir angucken am Stück. Geht halt einfach nicht. Ähm, 13 Folgen. Einer der erfolgreichsten und beliebtesten Kinder- und Familienserien, die jemals im deutschen Fernsehen zu sehen waren. Beste Unterhaltung für die ganze Familie. Spannend, verpackt. Ja, von Fritz Umgelter. Die rote Zora. Mini-TV-Serien der Öffentlich-Rechtlichen. Ja, da haben wir hier noch was. Die Bockreiter. Oh, Fragezeichen. Ich sehe eure Fragezeichen. Die Bockreiter. Was ist Bockreiter? Noch nie gehört. Das ist durchaus möglich. Ich weiß auch ehrlicherweise gar nicht. Also einmal kam sie auf dem ZDF. Ich weiß aber nicht, ob sie danach nochmal irgendwie irgendwo auf dem ZDF kam oder nicht. Die Serie hat mich allerdings, ja, beeindruckt ist jetzt vielleicht falsch ausgedrückt, aber sie hat, ähm, Spuren hinterlassen im positiven Sinne. Na, so sieht das übrigens aus. Die Bockreiter. Ähm, 13 Episoden ebenfalls, à la 25 Minuten. Na, hier so. Die Bockreiter auch so auf, ich sag jetzt mal, oberflächlich so auf Mittelalter gemacht. Ja, wir finden. Das ist das typische Prinzip, was ich in einem meiner Zeichentrickserien-Videos angesprochen habe. Ähm, dieses Robin Hood Prinzip, dieses Zorro Prinzip. Wir haben ein Reich und die obersten Könige, Kaiser wollen Steuern eintreiben. Sie treiben immer mehr Steuern ein. Das Volk lebt in Armut und dann gibt es natürlich immer den einen, der gegen, die, gegen den König geht, gegen den Kaiser geht und die, den Armen helfen will. Das ist im Fall der Serie, äh, die Bockreiter ist es, der schwarze Kapitän. Heißt der der schwarze Kapitän? Hallo, Regie? Ähm, ja, der unheimliche schwarze Kapitän. Bei dem wir natürlich auch dieses Prinzip verfolgen, eine Maske macht dich unkenntlich für alle deine Freunde und Feinde. Aber okay, akzeptieren wir, kennen wir aus anderen Serien ja schon. Und es geht halt darum, dass der Bockreiter, ja, die tun dann, es tun sich dann die Bürger oder Teile der Bürger zusammen. Und die verkleiden sich dann und sind dann mit dem schwarzen Kapitän nachts auf Raubzügen etc. pp. Und die wollen sich natürlich das Gold holen. Allerdings sind die meisten dieser Begleiter, nennen wir es mal heutzutage, wären das eher Söldner, denn sie machen das nicht aus Nächstenliebe, sondern die wollen natürlich Gold dafür haben. So, da gibt es auch so die ersten Reibereien. Im Endeffekt haben wir dann, ja, die Suche nach dem Gold, nach dem großen Schatz. Und es sind fortlaufende Episoden. Also hier haben wir 13 Episoden, die meistens, fast immer, mit einem Cliffhanger enden. Vielleicht fand ich es deswegen damals schon zu gut. Wir haben hier dieses Mystery-Element durch diesen schwarzen Kapitän. Da dieser meistens in der Nacht unterwegs ist und war, hat das dementsprechend im jungen Alter natürlich auch einen gewissen Charme gehabt. So ein bisschen Gruselfaktor, obwohl es im Prinzip nichts zum Gruseln gab. Es läuft relativ gewaltarm ab natürlich als Sendung für die Junggebliebenen. Was hat man eigentlich für eine Freigabe? Freigabe ist ab 12. Gut, wird man sich heutzutage wahrscheinlich drüber totlachen. Aber ob es ab 6 Jahren ist, sei mal dahingestellt, weiß ich jetzt nicht so. Ich könnte mir vorstellen, dass ich damals ungefähr so in dem Alter war. Aber das ist auch oft ein Trugschluss. Oft denke ich heutzutage so, oh, damals war es so 6, 7 Jahre. Und dann guckst du dann, Erstveröffentlichung, keine Ahnung, 93 und war es schon 13 oder so. Das hat mich schon das ein oder andere Mal doof reingucken lassen. Auch jetzt sehe ich hier Produktionsland, haben wir eine deutsch-holländisch-belgische-französische Kooperation 1991. Also war ich hier auch schon mal mindestens 11 Jahre. Muss man nochmal nachforschen, wann das Ganze im TV gelaufen ist. Produktionsbedingt hier allerdings auch eher so ein bisschen die sparsamere Variante gewählt vom ZDF, würde ich mal behaupten. Vielleicht war es damals aber auch büchermäßig in anständigen Kreisen. Ich kann natürlich nur meine persönliche Meinung dazu wiedergeben. Aber eine Serie, die man sich durchaus auch mal anschauen kann und sollte, wenn man auf diese Art von Serien aus diesem Jahrzehnt steht und damit was anfangen kann. Die Bockreiter würde ich euch dann ans Herz legen. Ja, Lee Majors ist Kult. Ein Kult für alle Fälle. Ebenfalls ein rauf und runter laufendes Serienprogramm der Öffentlich-Rechtlichen, damals zu meiner Zeit. Und theoretisch auch eine Kult-Serie. Was ist Kult, was ist kein Kult? Ein Kult für alle Fälle kennen eigentlich alle in unserem Alter, die sich irgendwie was früher mal im Fernsehen angeschaut haben. Wenn ich jetzt zu meiner Frau gehen würde und würde sagen, kennst du ein Kult für alle Fälle, dann würdest du wahrscheinlich Nein sagen. Aber das ist ja immer, wie gesagt, was hat man früher so geschaut im Fernsehen. Ein Kult für alle Fälle in Deutschland leider nur in zwei Digi-Packs erschienen. Mit Staffel 1 und Staffel 2. Dann war Sense. Ich glaube, es lag daran, dass der Synchronsprecher von Kult-Sivers nicht mehr synchronisieren konnte und oder, ich darf jetzt nichts Faltes sagen, sagen wir einfach mal, er stand nicht zur Verfügung mehr. Und deswegen wurde das Projekt dann mutmaßlich eingestellt. Ich weiß nicht, ob es an den Verkaufszahlen lag oder daran, dass der Synchronsprecher nicht mehr zur Verfügung stand. Denn es gab hier eine neue Synchronisation auf diesen Boxen. Allerdings mit den Originalsprechern habe ich jetzt alles richtig erzählt. Ich hätte es eben schon beinahe fast vergessen, dass es da eine neue Synchronisation gab. Allerdings war das Ganze doch recht annehmbar und gut gemacht. Ich kann mich ganz, ganz leicht daran erinnern, dass es da, müsst ihr mal auf YouTube googeln, auf YouTube googeln, auch nicht schlecht, könnt ihr euch mal informieren. Es gab damals Vergleichsvideos mit den einzelnen Szenen in der alten Synchro und der neuen Synchro. Also, ja, man hört bei der neuen Vertonung raus, dass der Sprecher von Carl Sievers ein gehobeneres Alter hatte als zur damaligen Zeit. Ich fand es dennoch akzeptabel. Der ein oder andere Spruch wurde natürlich jetzt nicht wortgemäß eingesprochen, aber ich fand es akzeptabel. Ich hätte mir die Serie bis zum Ende durchgekauft, wenn das weiter so erschienen wäre. Von dem Ganzen hat man dann aber Abstand genommen. Was mich persönlich verwundert hat, dass man wohl auch nicht wollte oder nicht konnte. Ich weiß ehrlicherweise gar nicht, woran es lag, dass man die anderen Staffeln halt einfach im O-Ton veröffentlicht hat. Oder warum man die ganze Serie überhaupt nicht im O-Ton veröffentlicht hat. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein rechte Problem war, beziehungsweise woran das lag. Da hoffe ich jetzt natürlich auf euch. Vielleicht weiß da einer was genaueres. Warum hat Century, 20th Century Fox damals das Ganze nicht direkt einfach im Original veröffentlicht? Und warum haben die eine neue Synchronisation damals gemacht? Oder lag es an den Tonspuren, dass die so schlechte Qualität hatten oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es damals zeitgleich noch eine TV-Ausstrahlung gab auf irgendeinem Nebensender von so einem, ich sag jetzt einfach mal ARD One oder wie die alle heißen. Da lief glaube ich die Serie noch mit Staffel 3 und so. Aber genaue Informationen habe ich dann natürlich nicht. Der Titelsong, der übrigens von Lee Majors auch gesungen wurde, ist auch recht kultig. Und das Highlight war natürlich hier für uns alle damals, naja gut, vielleicht nicht für alle, Heather Thomas, die natürlich als gut aussehende Blondine für viele das Highlight waren. Nennen wir es mal so. Ich persönlich war da eher so, ja ich fand den Colt immer recht cool in den einzelnen Seen. Aber letztendlich, warum hat man das früher geschaut? Ich persönlich, bei vielen Sachen kann ich es eigentlich gar nicht mehr so nennen. Aber bei einem Colt für alle Fälle war es halt auch so, er hatte ja auch sein Markenfahrzeug gehabt. Seinen, seinen, ja die Amis nennen es Truck, aber ich nenne es eher so Jeep-mäßig. Und dann hat er halt auch in jedem, in jedem Episode den fast zum Einsatz gehabt und hat damit Sprünge gemacht und sonst was. Und das waren damals für uns so eigentlich die Highlights. Das hat man, das, obwohl das hat man tatsächlich nachgespielt, weil wir doch vorhin bei Knight Rider waren und auch sowas wie ein Colt für alle Fälle. Es gab ja diverse kultigen Fahrzeuge in der einen oder anderen Serie, die auch heute noch als Kult bezeichnet werden. Da hat man dann mit 0815 Matchbox-Autos dann auch die Sprünge und so ein Kram dann gemacht. Aber letztendlich, wenn man mal ehrlich ist, als kleiner Bub guckt man das jetzt nicht unbedingt wegen den spannenden, ähm, äh, spannenden Episoden oder sonst was. Ähm, es lief halt im Fernsehen. Man hat's, mein Gott, ich hab als Grundschüler Dallas im Fernsehen geguckt und fragt mich nicht, warum. Dazu kommen wir dann wahrscheinlich irgendwann noch. Ähm, Colt für alle Fälle ist ein Colt für alle Fälle. Und nein, der Akt, das aktuelle Kino, Reboot, Remake ist für mich nicht ein Colt für alle Fälle. Ist auch nicht a fall, äh, a fall guy für mich persönlich. Ähm, gibt's nur Lee Major. Ich war auch froh damals auf der Comic-Con, dass ich da ein Foto mit ihm machen konnte. Ist auch so eine kleine Erinnerung für die Ewigkeit, sag ich mal, ne. Und, ja. Kultserie, ja. Aber wie viel ist für mich persönlich auch angestaubt heutzutage. Ja, Thema angestaubte Serien. Ich muss wirklich sagen, bei den Retro-TV-Serien sind für mich persönlich viel, viel, viel mehr Serien angestaubt. Das heißt, für mich heutzutage nicht mehr allzu interessant als bei den Zeichentrickserien. Warum das so ist, weiß ich nicht. Vielleicht, weil sich in Sachen TV-Serienqualität bis heutzutage im direkten Vergleich viel, viel mehr technisch gemacht hat als bei den Zeichentrickserien. Ähm, vielleicht, wie gesagt, am Anfang des Videos habe ich ja auch schon erwähnt, weil ich einfach nicht mehr diese Erinnerungen dran habe. Wir waren eben bei Lee Major, deswegen habe ich mir eben noch, ähm, den 6 Millionen Dollar Mann aus dem Regal gefischt. Und als ich mir den 6 Millionen Dollar Mann aus dem Regal gefischt habe, dann bin ich auch bei der 7 Millionen Dollar Frau dann gelandet. Und habe die jetzt einfach mal hier mit ins Video genommen für die letzten Minuten. Ähm, beide Serien habe ich nicht, ähm, geschaut damals in meiner Jugend, in meinem, ja, Grundschulalter etc. pp. Ich müsste dann auch tatsächlich auch nochmal ergoogeln, wann da was gelaufen ist. Die habe ich mir tatsächlich auch erst später gekauft. Ähm, ja, man hat immer vom, bei Lee Majors redet man in der Tat auch immer sehr, sehr oft vom 6 Millionen Dollar Mann. Die Serie dürfte auch vor ein Colt für alle Fälle gewesen sein, oder? Fragezeichen. Die 7 Millionen Dollar Frau hatte mir bis dato noch nie was gesagt gehabt. Und hier hat man immer was drüber gehört. Und als dann, äh, Turbine Medien, ja, damals diese Box hier rausgebracht hat in Blu-ray. Ich habe ja, wie gesagt, äh, so ein kleines Fable dafür. Wenn Serien auf Blu-ray erscheinen, habe ich mir die natürlich sofort gekauft. Und dann hatte ich mir das hier noch geholt. Das Media Book ist allerdings SD und Blu-ray. Also hier gab es, glaube ich, auch DVD-Boxen davon. Hier gibt es übrigens auch eine DVD-Box, glaube ich, davon. Ähm, ja, also beide Serien sind im Prinzip ähnlich. Also, der gute Lee Major, der wird, glaube ich, nach irgendeinem Vorfall mit Implantaten, etc. und Technik ausgestattet im Wert von 6 Millionen Dollar. Und sowas, glaube ich, auch bei der Frau nur, dass die 7 Millionen Dollar wert war. Denn das wird ja alles teurer. Und dann hat er halt auch diverse Aufträge, Abenteuer, Erlebnisse. Und muss natürlich dann auch entsprechend in jeder Episode dann seine speziellen Fähigkeiten präsentieren. Was sich nach leichter Kost anhört, ist es heutzutage auch für mich noch. Deswegen habe ich davon auch noch nicht allzu viel gesehen, muss ich ehrlicherweise sagen. Die 7 Millionen Dollar Frau, die ist jetzt zwar hier noch verschweißt. Das ist aber völlig egal, weil die kann man aktuell auch, ich weiß gar nicht mehr wo. Also man kann es zwar bei Amazon Prime anklicken, aber es ist, glaube ich, nicht auf Amazon Prime, woher der Stream kommt. Also man kann es kostenlos streamen auf legale Art und Weise aktuell. Weil da hatte ich mich schon mal in die ein oder andere Episode reingeklickt und habe das mal laufen lassen und so. Also dann würde ich mir lieber den 6 Millionen Dollar Mann angucken als die 7 Millionen Dollar Frau. Aber der läuft leider nicht im Stream. Und ja, Turbine mit diesen Schuhkartons hier nenne ich das immer. Das ist ja auch beim ein oder anderen Label, guck, da kommt mittlerweile angesagt. Diese Schuhkartons mag ich ja eigentlich gar nicht so wirklich als Verpackungsart. Aber wenn man manche Sachen haben möchte, muss man halt dann zugreifen oder man wartet halt noch ein paar Jahre und riskiert, dass die Lizenz ausläuft und gar nichts mehr erscheint. Vielleicht hat einer von euch da draußen regelmäßig den 6 Millionen Dollar Mann früher geschaut und kann uns allen in den Kommentaren verraten, was so besonders ist an der Serie. Beziehungsweise, es soll jetzt nicht negativ klingen, sagen wir einfach, was euch an dieser Serie so gut gefallen hat. Das hört sich vielleicht ein bisschen positiver an. Denn bei mir ist es natürlich wie immer, wenn ich eine Serie nicht in meiner Jugend geguckt habe, finde ich persönlich, ist sie auch immer nochmal eine Ecke schwerer, in eine Serie reinzufinden, sich für eine Serie zu begeistern. Und dementsprechend würde mich natürlich dann immer interessieren, was hat diese Serien früher ausgemacht. So, und damit sind wir nach knapp einer Stunde Rohaufnahmen jetzt so am Ende angekommen, würde ich sagen, für den ersten Teil meiner Overview zu meinen Retro-TV-Serien. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ich damit weitermachen soll oder ob ich es lassen soll. So, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao, ciao.